Wir sind eingezogen, also Celia und ich als Duo und Mirjam Gamperli. Wir haben uns ziemlich schnell auf einer guten Ebene gefunden und haben uns eben überlegt, dass wir einen gemeinsamen Einzug machen und eine Performance. Dies haben wir auch gemacht, weil es das 40 Jahre Jubiläum gab vom Zimmermannshaus und ein Sommerfest. Und diese roten Gewänder sind eigentlich unsere Ein- und Auszug-Performance-Kostüme. Ich habe so eine Praxis, die ich verfolge seit längerer Zeit und das nenne ich Soul Sketches. Ich porträtiere Menschen, die mir begegnen, aufgrund von Geschichten, die sie mir erzählen und nicht aufgrund vom Aussehen, sondern eigentlich das, was in den Menschen ist und sie mir erzählen. Diese Geschichten aber haben mich sehr inspiriert, weil es ist etwas Ähnliches wie, also du zeigst etwas, das innen ist, das du nicht von außen siehst. Und ein Haus ist eigentlich wie so dasselbe. Und ich habe wie so die Geschichten genommen von diesen Personen, denen ich begegnet bin und habe diese Formen oder diese visuelle Art und Weise, habe ich dann in Vorhänge genäht. Also einerseits starten wir bald einen performativen Spaziergang, eigentlich entlang der Inusie von Neophyten. Es gibt so verschiedene, der Kirschlorbär kommt so schön verwildert im Quartier überall. Es gibt ein leerstehendes Haus, das wir ganz spannend finden, da gehen wir ein bisschen in den Garten schauf. Ich dachte eben, ich möchte gerne eine Performance machen mit den Fenstern. Und ich habe pro Fenster eine Person in die Fenster gestellt und einen Vorhang gegeben und wir haben eine Performance erarbeitet zusammen. Dann kommen alle Grünen und stellen auf. Und jetzt. Nummer 14, du bist fix. Und das ist so eine Arbeit, die jetzt hier im Prozess entstanden ist, weil wir ganz viele invasive Neophyten gesammelt haben. Hinter uns auch das invasive Heu sozusagen, genau das haben wir zusammen mit Crea Nadira gemäht, wo wir auch nochmal vor allem die Arbeit, die unsichtbare Arbeit der Menschen, die halt diese invasive Neophyten bekämpfen, eigentlich sichtbar machen möchten. Sie bekommen wahnsinnig wenig und eigentlich ist es ein spannender Beitrag in Bezug auf die Klimakrise. Diese Hände wird nicht geholfen, aber die Natur vierten sind. So, die wir jetzt hier hier haben werden, die wir jetzt hier nicht sehen, die wir jetzt hier haben. Und dann kommen wir das nochmal. Das ist doch auch nicht. Das ist echt, echt. Das ist nicht... Das ist, das ist nicht.